Yo und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Isle. In dieser Folge nehmen wir den Stego. Warum den Stego, werdet ihr noch sehen. Ich habe ihn noch nie benutzt, aber es könnte ziemlich nice sein, wenn wir einem Dilo begegnen. Und was dann halt passieren wird, werde ich euch noch zeigen. Also seid echt gespannt darauf, was passiert. Es wird unglaublich. Okay, das ist er. Ist das schön hier. Es ist wirklich ein Sumpf. Sogar mit Nebel. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das da drüben? Ich hoffe, es ist jetzt keine Falle oder so. Boah, sieht das hübsch aus. Krass. Ich komme, kleines Baby. Oder will es mich locken irgendwie? Ach, man kann einfach Gras essen. Oh, wir sind gleich da. Mal gucken. Ich brille mal. Ich bin gleich da. Ich höre dich. Was ist das? Was zur Hölle? Heul doch nicht so rum hier, du Heulsuse. Also jetzt reichst du doch mal langsam. Ich bin dein Stego. Ich bin dein kleiner Freund. Alter. Ganz ehrlich, gleich haue ich dich her. So, wir essen mal ganz kurz. Eieiei. Geht er mir auf die Nerven. Wehe, du greifst an. Sieht aus wie ein Interopter-Kapper. Hi. Ich esse hier ein bisschen, Kollege. Oh mein Gott. Dann such nach deiner Mutter. So, Kollege. Entweder du kommst mit oder halt ciao. Oh, ich glaube, die Sonne geht auf. Oder sie geht unter. Oh, ich glaube, die geht unter. Ach nein. Auf jeden Server geht die Sonne unter. Ich sage es euch. Okay, pass auf. Wir gehen mal ganz woanders hin. Komm mit. Ei, ei, ei. Jetzt muss ich mir mit dem da hier herumschlagen. Was habe ich nur getan, ey? Oh, ich glaube, wir sind am Strand. Und man kann es nicht sehen. Es ist einfach zu dunkel. Einfach viel zu dunkel, ey. Äh, wo ist mein Kumpel? Kumpel! Hallo? Oh, nicht gut. Mal gucken, wie hört er sich eigentlich an? Lass mal hören. Okay, das erste Call, zweite Call. Oh, aggressiv. Oh, er wackelt einfach mit dem Schwanz. Sieht eher aus, als ob er Freude empfindet. Och, was war das denn? Süß. Und F. Oh. Ach, warte mal. Schlagen. Hä? Er beißt? Ach, mit Rechtsklick macht er mit dem Dings. Und ich glaube, da geht es in der Richtung hingucken. Da haut er hin, ne? Genau. Yo. Okay, das ist verdammt cool. Das benötigen wir. Aber bis jetzt kein Dilo hier in der Nähe. Na super, hier ist jetzt auch so ein Sumpfgebiet, ein Wald oder was es ist. Man kann es aber kaum erkennen. Ei, ich will es richtig sehen. Aber es ist unmöglich zu erkennen irgendwie. Ei, ei, ei. Mit dem Essen schlage ich mich immer noch weiter rum. Und ich bin mal gespannt, wie groß wir sind. Wir sind immer noch klein. Aber wir haben bald die erste Hürde erreicht. Naja. Halbwegs. Wait. Man sieht da Blätter. Was war das? Unten stand etwas. Hold E to press G. Oh. Endlich wird mal was angezeigt. Endlich. Guck mal, vor mir sind auch mehrere Blätter irgendwie. Ach guck mal, also kann ich hier viel mehr essen als nur einmal. Dann füllen wir uns doch mal komplett voll. Was ist da hinten? Okay, ich glaube das ist ein Glühwürmchen. Aber. Hier ist jemand. Wait. Oder ist es doch jemand? Es sind welche. Man sieht sie durch den Nebel. Was ist das? Nee, reißt das glaube ich. Hey, wartet doch mal ganz kurz. Was ist das? Ist ein Tera. Hi. What the hell? Zack, Junge. Kommt her. Schade, dass das jetzt kein Tilo ist. Kommt doch, kommt doch. Ui, 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 ui. Ha. Hab dich erwischt, wa? Komm doch her. Komm, komm, komm. Alle beide, los. Ach, wait. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Ich dachte, ich wäre tot. Kuscht euch. Ich will aber Action haben hier. Nein. Auf zwei aufpassen ist halt ein bisschen doof, ne? Willst du dich hinlegen, oder was, ey? Komm, komm, komm. Zeig, wo du bist. Ich muss hören. Was hat Mr. Miyagi immer früher beigebracht? Höre. Sehe. Fühle. Nein, keine Ahnung, was er gesagt hat. Ja, komm runter. Da oben auf dem Baum ist er. Komm, du Feigesau. Komm runter. Sag mal. Ey, das ist ziemlich cool, dass sie sich da oben verstecken können. Da ist er, da ist er. Ja, 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 ja. Erblutet. No. Bluteste, Kollege. Die sind alle beide da oben. Jetzt wäre halt das Coole, wenn die das noch einbauen, dass man auf... Wenn man mehrere Schläge da drauf macht, dass der Baum umkippt. Komm, sind wir ehrlich. Ich hab gewonnen. Die haben keine Chance gehabt. Sag mal, was passiert hier gerade? Da kamen wir her. Ah. Sie sind drunter gekommen. Oh ja, oh ja. Guck, guck. Der andere, wo ist der andere? Ich seh' nicht. Der hängt einfach da oben. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wait. Wo sind sie? Junge, Junge. Was geht denn hier jetzt ab? Okay, krass. Aber die wollten hier lang. Das bedeutet, es könnte irgendwas da oben sein. Junge, bloß schnell weg hier. Was ist denn hier passiert? Warum ist hier ein toter Heerer? Ah, die könnten jetzt denken, dass ich es war. Boah. Nein, ich war's aber nicht. Tut mir leid. Ich komm hier gar nicht hoch, oder? Oh Mann, ey. Okay, sie sind weg. Mist. Sie sind noch da. Was sind sie noch? Ah, die werden nie runterkommen. Feige. Ich bin ein kleines Baby. Ich hab keine Ahnung, was da gerade abgeht hier. so allgemein hier, von der Atmosphäre her. Wäre aber cool, wenn ein Tornado auftauchen würde. Hä, wo bin ich denn hier? Bin ich gefangen, oder was? Wait. Die sind hier. Ich hab ihn. Bam, Junge. Was ist los? Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Sayonara. Wo ist dein Kollege? Hä, wo ist er hin, hä? Oh, er ist gar nicht mehr da oben drauf. Okay, das war unser Sieg. Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Auch von dem Sound und so weiter her. An Beasts of Bermuda. Weil Beasts of Bermuda ist aber halt das Coole, dass jetzt eine Überflutung kommt. Dass jetzt halt die Flut kommt und alles wird überschwemmt. Man muss sich versuchen, auf den Berg zu retten. Oder auf Bäumen. Aber auch Bäume können unter Wasser kommen. Das ist halt cool. Schade, dass es das hier nicht so gibt. Ey, sorry, dass ihr die meiste Zeit halt alles schwarz-weiß sehen könnt. Nur halt, äh, ein bisschen Farbe ist ja mit dabei. Aber, ja, was willst du machen? In Real Life kannst du auch nicht sagen, ey, draußen ist Nacht draußen. Zack, ich mach mal Tag, weißt du? Guck mal, siehst du, so sehen wir wenigstens ein paar Glühwürmchen. Ich kann nachts, ich kann dich ja auch noch immer noch anmachen, aber macht keinen großen Unterschied. Ja. Da oben ist dieses, äh, Avarium. Hier bin ich? Und ich hab's mit dem Stego geschafft. Was ist denn das? Ist das eine Brücke? Oder ist es diese Kuppel, die wir schon gesehen hatten? Kann ich da rein, bitte? Oh nein. Wir stehen vor geschlossenen Türen. Oh. Autsch. Das, äh, tat jetzt nicht so gut. Was für Probleme haben wir? Oh. Also. Wir haben das, was früher für einen Pflanzenfresser, Fleischfresser, sein Todesurteil bedeutet. Aber irgendwie, ich glaub, hier sind echt keine Leute drauf. Hallo. Hey. Hallo. Hier drüben, komm her. Hallo. Komm. Hi. Hä? Aber warte mal. Wer war das da drüben? Ich hab da einen Schwanz gesehen, ich schwör's euch. Gibt es welche, die in den Boden reingehen können? Nee, oder? Das. Kusch dich. Was hast du dir? Geh, hab ich gesagt. Angriff. Kusch dich. Geh, hab ich gesagt. Geh, hab ich gesagt. Hilf mir. Nein, wir töten ihn. Wir müssen uns aufteilen, weil sonst können wir uns gegenseitig töten. Geh. Ja, komm. Ja, komm. Na, schick. Hopp. Winnie. Ich konnte gerade, ich konnte nichts machen. Hä? Der hat mich gepackt. Der hat mich gepackt. Wie geht das denn? Hä? Ich konnte mich nicht bewegen. Pass auf, Winnie. Wir müssen so sein. Genau. Dass wir uns nicht treffen, aber wir uns gegenseitig beschützen können. So. Komm her, Junge. Ich werde wieder sterben. Na, glaubst du, da falle ich drauf. Rein, oder was? Hä? Schlag ihn. Schlag mich ruhig an. Wenn du mich schlägst, ist es nicht schlimm. What the hell? Was ist das? Was ist das für ein geiler Sprung? Nicht getroffen, Bro. Nicht getroffen, Bro. Warum greift er nur mich an? Greift er Fini an. Habt ihr gar nichts gemacht, Mann. Komm, Greif. Ach, komm mal. Er will nur mich. Ich muss ihn einmal kriegen, Mann. Einmal. Pass auf. Der kriegt meinen Körper nicht. Ich sag's euch. Der kriegt meinen... Mist. War das mein Echo? Hallo? So. Kann mir jetzt jemand sagen, wie ich zu einem Dilo hinkomme? Da, wo sie halt waren? Oh, hier ist was. Da. Greif mich an, bitte. Ja. Greif mich an, bitte. Es funktioniert. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Alter, wie geil. Okay, ich wollte es nur sehen. Hä, wie geil ist das denn? Okay, pass auf. Das bedeutet ja jetzt. Ich muss richtig vorsichtig sein. Geil. Wir gehen nochmal da rein. Das ist schön. Oh nein. Lauf! Lauf! Schussssshhhhh! Schssssssst! Schssssst! Alter, die hören sich so gruselig an. Ich glaube, da unten stirbt gerade Winnie. Kann das sein? Also, wir haben es überlebt. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich will mal was checken. Ich will nur kurz mal gucken. Kommen die hier her? Irgendwie mag ich ja die Gefahr, ne? Irgendwie will ich die ja auch haben. Okay. Man sagt, man kann hier nicht überleben. Die kennen mich noch nicht. Gerade hier werde ich erwachsen. Ich muss hier weg. Ich muss einmal herumgehen. Ich muss hier weg. Das ist zu gefährlich, Mann. Viel zu gefährlich. Holy moly. Oder ich muss sie töten halt. Ich sehe noch nicht mal, ob es hier irgendwie bergab geht so richtig. Na, ich glaube, ich werde ersterben. Die Geräusche sind zur Bombe. Ich werde sterben. So, jetzt spiele ich mit OBS. Aber ich sehe nichts. Ich sehe wirklich nichts. Ich sehe fast alles nur schwarz. Wie willst du dich denn hier fortbewegen? Ich sehe nichts. Ruft mal, wenn jemand da ist, ja? Warte, ich rufe mal kurz. Ich höre niemanden. Das ist das, was ich sehe. Und das ist das, was ihr sehen könnt. Deswegen schaue ich die ganze Zeit dahin, weil ich auf einem zweiten Bildschirm spiele. Die Geräusche, ne? Die roten... Die Augen! Es ist ein Hera. Aber hier ist noch jemand. Ha! Treffer! Treffer! Ich habe seine Augen nicht gesehen. Warte mal, ist das eine andere Attacke von ihm? Wie gesagt, ich muss da hingucken, um halt alles sehen zu können. Ha! 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 Er hat ein Kind gehabt! Ich wollte sein Kind nicht töten. Jetzt liegen sie beide da. Er kommt doch her. Glaub dir? Ich habe Angst vor dem, oder was, hä? Brr! Was zur Hölle ist es? Ich sehe es nicht! Ach du heilige Was ist das? Oh es geht los Oh oh Ich erkenne nichts Tut mir leid Ich wollte dein Kind nicht schlagen Hilfe Oh mein Gott Halt stop it Das scheint nächter zu sein Es war nächter Töte deine ganze Familie Deine ganze Zippel Komm her Ich töte sie alle Wer hat gesagt ich überlebe nicht Sie sind immer noch da Noch ein Kind getötet Ich hab hinten auf meinen Schwanz drauf Guck mal Sag mal Ich hab keine Stamil Es war ein Schattendoppelgänger Ich hab überlebt Da hinten sind Augen Ich hab leuchtende Augen gesehen Mist wir müssen uns irgendwo hinsetzen Ruhig Ruhig Habt ihr das gesehen? Es geht weiter Okay vor mir ist noch einer Da 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 Warum könnt ihr mich sehen aber ich euch nicht Sehen Pflanzenfresser so wenig oder was? Okay wir müssen safe lockout machen Weil den will ich nicht verlieren Ich wusste es Ich glaub ich werd sterben Ich hab keine Ausdauer mehr Okay ich glaub das war mein Todesurteil oder? Ja komm wenn du kämpfen willst Käpt wie ein Mann Komm Safe Stream Sniper Das kann doch nicht sein Das ist ein Schattendoppelgänger man Da drüben ist ein großer Ich dachte der wär echt Guck mal wie ich das wusste Wie ich das wusste Kleiner Schlein Komm her hier Komm jetzt Ich kann nur noch links klick drücken Oh oh Hä warte Kann das sein Dass das auch ein Schattendoppelgänger ist? Woher weiß das Viech Geil Geil Aber leider warten jetzt meine Brüder auf mich Vinny du warst das gell? Warst du das? Ich hab dich gekillt Hast du gar nicht